Wir wollen aber mal drauf los, wir können ja wieder nach und nach alles nochmal ändern. Und da würde ich ja wiederum eine Treppe hinsetzen. Haben wir hier so einen hohen Weg nach oben. Ich will jetzt ein paar Erdblöcke haben zum Bauen. So, wir wollen mal kurz den Gang nach oben. So, hier können wir dann später auch Blumen dran machen. Das passt hier vorne ziemlich gut. Hier nochmal so ein Halbding. Da, die habe ich hier vorne noch. So können wir machen. Dann ziehen wir jetzt aber mal den Stamm nach oben. Ich habe eine Idee, das müssen wir aber einmal ausprobieren. Hm. Das funktioniert, weiß ich nicht, aber ich versuche mal was. Na, ich versuche erstmal und dann können wir weiter bauen. Äh, wir haben ja hier irgendwo... Miau. Miau. Dieses hier. Jetzt kann ich doch theoretisch da ranklatschen, oder? Da haben wir so eine Art Banner. Prinzipiell dürfte funktionieren. Aber ob funktioniert, keine Ahnung. Ja doch, mehr oder weniger. Jetzt muss ich das Ganze nur irgendwie schön machen. Wohl, warte, ne, wir machen das dann schon so ein Banner in der Mitte. Das sieht nicht so cool aus. Keine Ahnung, hier wollen wir ja so ein... Warte mal, wir machen das mal so. Noch nicht, zumindest mal. Ja. Aus dem Motivans. Ja. 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 Da. Ja! Da. Ja. Ja, ne? So sieht das Ganze auf jeden Fall schon mal nach etwas aus. Wenn man sich aber auch überlegen muss. Ich versuche noch mal eine andere Option, weil ich merke schon, innerlich bin ich nicht ganz neu einverstanden, was ich da gerade baue. Ich versuche das gleiche Norm mit Treppen. Wir können aber auch Steine nehmen. Ich hätte mir gerade einen, Steintreppen. Aber ich glaube, ne, 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 wir bleiben auch jetzt. Ich würde mich jetzt nach oben machen. Jetzt hör. Ich würde mich jetzt nach oben machen. Ich würde mich jetzt nach oben machen. Ich würde mich jetzt nach oben machen. Jetzt sieht alles ein bisschen kompliziert aus. So. Ich würde es lieber so lassen. Jetzt gehen wir mal hier unten hin. Dann machen wir alles dann auf Design. eine Höhe. Hier sind diese... Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Und dann machen wir da aus. Und dann machen wir da aus so einen Block. Kann man machen. Kann man machen. Dann machen wir die vielleicht nochmal weg. Ah, hier ist dann wieder so ein relevanter Bock. Da darf nicht weg. Egal. Wir haben damit hier schon mal diesen Übergang. Ja. Also hier so ein Dach, sagen wir mal. Dann müssen wir hier irgendwie, denke ich, irgendwie abziehen. müssen wir aber nicht. Wie gesagt, wir bauen erstmal nur einfach drauf los. Also hier ist die Idee. Ah, das sieht nicht so aus. Ja, hier finde ich eine andere Option. Das finde ich nicht so cool. Das ist ein schicker Eingang, denke ich. Kann man lassen, so. Dann machen wir da sowas. Wie würde das von hier aussehen? Wir machen das jetzt einfach mal so zu. Wir gehen aber von hier nach oben. Wir sind fast gestorben daran. Jetzt sind wir erst mal was. Dann könnte man natürlich den Banner auch da hin machen, ne? Wir sind fast gestorben. Ja, so könnten wir machen. Dann kommt da dann die Gläser. Anstatt Treppen könnte man Halbplatten nehmen. Ja, wie eine Halbplatten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.